An welchen Gott haben die Türken eigentlich geglaubt, bevor sie den Islam angenommen haben? Tengri. Dieses Wesen wird an einer bestimmten Stelle als Gott der Türken bezeichnet. Zu ihm haben die Türken und andere Steppenvölker wie die Mongolen und Hunnen gebetet, bevor sie zu einer anderen Religion konvertierten. Die ursprüngliche Religion aller Turkvölker war also der Tengriismus, ein religiöses System, das sich um seine Namensgeber drehte. Tengri ist der allmächtige Herrscher des ewigen blauen Himmels, ein Wesen, das im Gegensatz zu den Göttern anderer Religionen nicht personifiziert wurde. Allerdings ist Tengri nicht ausdrücklich ein strafender Gott. Wenn jemand ein moralisches, gutes Leben geführt hat, wird er im Jenseits sicher gut behandelt werden. Jemand, der sich ständig daneben benommen hatte und ein asoziales Leben führte, muss die Konsequenzen tragen und die vielen Stufen der Unterwelt durchlaufen, bis er sich vor seinem gottähnlichen Wesen verantworten muss, ehrlich.